moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen pileup glitch zeigen auf der karte terra maledicta bei vengard zombies und zwar wie ihr seht versammeln sich die ganzen zombies unter mir und die bewerfen mich auch nicht und ja wie dieser glitch funktioniert zeige ich euch jetzt als allererstes brauchte die ernte mission hier in diesem bereich leute füllt am besten die erste rune noch nicht und öffnet hier diese tür genauso wie ich in dem video dann geht hier die treppe noch dann habt ihr rechts dieses perk und ihr müsst jetzt hier gegenüber auf die tür drauf springen das kann bei den ersten zwei mann vielleicht ein bisschen schwer sein leute aber wenn ihr das noch ein paar mal versucht dann kriegt ihr das ganz easy hin also leute rentier hoch nimmt anlauf und springt auf die tür so wenn ihr dann hier seid dann werden sich die zombies unter euch versammeln jedoch habe ich die erfahrung gemacht sobald ich die erste rune den ersten sündenfresser gefüllt habe und der den ort gewechselt hat und ich dann auf diesen glitch gegangen bin haben die zombies angefangen mich abzuwerfen aber solange ihr das bei dem ersten runenstein macht ohne ihn aufzufüllen dann werden die zombies euch auch nicht abwerfen leute das ist zwar nicht der beste glitch aber immer noch besser als nichts und wenn in zukunft noch mehr kommt dann werde ich auf jeden fall hochladen also könnt ihr gerne ein abo da lassen und die glocke aktivieren damit ihr es auch nicht verpasst und immer auf den neuesten stand bleibt viel spaß mit dem video und bis zum nächsten mal